Vielen Dank, Olaf Zimmermann, für diesen auch eindrucksvollen Gang schon einmal durch das, was Kultur mit Erinnerungskultur oder für Erinnerungskultur leisten kann. Und die Frage, die sich direkt daraus ableitet, angedeutet wurde es ja schon, ist, was sind denn die Potenziale von digitalen Spielen für die Erinnerungskultur? Und das möchten wir uns jetzt von jemand in der Keynote erklären lassen, der sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt. Dr. Eugen Pfister arbeitet an der Hochschule Bern zu Game Studies, ist Gründungsmitglied des Arbeitskreises Geschichtswissenschafts und Digitale Spiele und hat sich aber auch ganz konkret schon mit dem Thema beschäftigt. Zum Beispiel in seinem Forschungsblog gibt es einen Artikel, das unspielbare Spielen, Imaginationen des Holocausts in digitalen Spielen. Heute aber ist er hier, um mit uns eben über die Potenziale zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Eugen Pfister. So, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die sehr freundliche Vorstellung. Ich muss jetzt kurz schauen, ich sollte einfach direkt nach vorne schauen, oder? Ja, das Thema beschäftigt mich jetzt wirklich schon, ich habe versucht, schnell daran zu denken, seit über sechs Jahren. Und die gute Nachricht gleich vorweg, es hat sich wirklich sehr viel entwickelt in den letzten Jahren, also sehr viel weitergegangen. Vor sechs Jahren gab es auch nahezu noch keine Forschung zum Thema Holocaust oder Zweiter Weltkrieg, Computerspielen, insbesondere im deutschen Raum, deutschsprachigen Raum. Mittlerweile hat sich das vervielfältigt und das ist wirklich wunderschön, das zu beobachten. Und ich finde, diese Fachkonferenz hier ist einer der schönsten Beweise dieser sehr positiven Entwicklung. Ich werde mich jetzt bemühen, nicht zu viel von dem, was schon gesagt wurde, zu wiederholen, also ein bisschen anpassen. An sich, glaube ich, wird meine Keynote eh ergänzend, aufbauend dazu sein. Ich stelle mir nur kurz hier die Uhr, weil ich weiß, ich bin sonst furchtbar lange. Also nehmen wir mal als Einstieg Erinnerungskultur als Begriff. Er wird einfach in letzter Zeit immer häufiger verwendet, er ist in den 1990er Jahren aufgekommen. Aber das Ding ist, er wird sehr selten definiert. Meistens wird davon ausgegangen, dass wir alle wissen, wovon die Rede ist. Er wurde heute schon recht gut vorgestellt, nicht zuletzt von Klittern ganz am Anfang. Ich gebe da nachher noch eine Definition dazu. Wenn wir Erinnerungskultur hören, dann denken wir meistens zuerst an Museen, Denkmäler, an öffentliche Jubiläen, an den Geschichteunterricht vielleicht in Schulen und an Universitäten, an Hochschuldrebatten, wie nicht zuletzt den deutschen Historikerstreit, oder an Romane. Und das stimmt, auch bei all den genannten Phänomenen handelt es sich um Bestandteile unserer Erinnerungskultur. Aber neben diesen, vorsichtig gesagt, offiziellen Momenten, also öffentlich anerkannten Momenten der Erinnerungskultur, sind da auch weniger prestigesträchtige Momente des gemeinsamen Erinnerns in unserer Populärkultur. Olaf Zimmermann hat bereits die Fernsehserie Holocaust und den Film Schindlers Liste genannt, die sehr, sehr bedeutend einfach sind für die Erinnerung an den Holocaust weltweit. Aber es sind auch, um nur ein Beispiel zu nennen, Serien wie Kudamm 56 und die Nachfolgestaffeln Berlin-Babylon oder in Österreich Maria Theresia, die ganz zentral sind für unsere kollektive Erinnerung an diese Zeit. Unsere kollektive Erinnerung an weit zurückliegende Ereignisse, also Ereignisse, an die wir keine persönlichen Erinnerungen haben, an die unsere Eltern keine persönlichen Erinnerungen haben, meistens mittlerweile nicht mal unsere Großeltern, wie den Zweiten Weltkrieg, aber auch die Industrialisierung, die Französische Revolution, den Kolonialismus, das goldene Zeitalter, der Piraterie, die Kreuzzüge und so weiter. Das alles lernen wir zu großen Teilen aus der Populärkultur. Und wie einige von Ihnen jetzt vielleicht gemerkt haben an den Beispielen, die ich genannt habe, sind digitale Spiele längst fixer Bestandteil dieser Erinnerungskultur. Denn digitale Spiele werden gerne noch an Universitäten als neues Medium genannt, aber tatsächlich gibt es sie seit mehr als 50 Jahren und eigentlich sind sie auch seit mehr als 50 Jahren ein Massenphänomen. Und sie erreichen, und da kann man sich die Statistiken anschauen, ich zeige Ihnen jetzt keine, aber sie erreichen jedes Jahr immer breitere Teile der Bevölkerung. Also wir können mittlerweile davon ausgehen, dass die Hälfte der Bevölkerung in unseren Ländern regelmäßig das eine oder andere digitale Spiel spielt. Sie sind aber auch einfach Produkte einer konkreten Gesellschaft und Kultur. Auch das wurde von Olaf Zimmermann bereits angesprochen. Das heißt, auch wenn einige Publisher es immer noch gerne sehen würden, digitale Spiele entstehen nicht in irgendwelchen aseptischen Laboratorien, tief in Kellern, ohne Kontakt zur Außenwelt. Und es ist ganz natürlich und auch unausweichlich, dass Entwicklerinnen sich immer von ihrer Umwelt, von ihren persönlichen Erfahrungen, von ihren Weltbildern leiten lassen, wenn sie Computerspielwelten erschaffen. So transportieren diese Spiele aber auch immer, egal ob jetzt in fantastischen Spielwelten oder in historisierenden, politische und ideologische Aussagen. Dazu reicht es, wenn wir jetzt einen Blick in die Vergangenheit werfen und uns anschauen, wie in den 1980er Jahren Computerspiele ausgesehen haben. Da, zu Zeiten des Kalten Kriegs, war es zum Beispiel ganz normal, dass zum Beispiel in Flugsimulatoren oder in Strategiespielen der kalte Kriegssetting war, also die Sowjetunion der Feind war. Mit Ende des Kalten Krieges, quasi über Nacht, natürlich hat das da ein paar Monate gebraucht, bis Spielentwicklungen sich angepasst haben, war das nicht mehr opportun. Also das dominante Feindbild Sowjetunion oder Ostblock wurde dann langfristig durch vor allem Terroristenzellen im Nahen Osten ersetzt. Ebenso wie Spiele aber Produkte ihrer Zeit sind, Produkte ihrer Kultur, ihrer Gesellschaft, ihrer Politik, prägen sie auch die politischen Denkbilder, die kulturellen Denkbilder der Personen, der Menschen, die sie spielen. Also Fragen wie, indem sie einfach uns Sachen zeigen, wie zum Beispiel, wie hat ein guter Anführer eine gute Anführerin auszusehen? Was nehmen wir als gerechten Krieg wahr? Oder ganz allgemein, was sind die Grenzen des Erlaubten, wenn es darum geht, eine Gemeinschaft zu verteidigen? Hier unterscheiden sie sich nicht grundsätzlich von anderen Medien. Und das Prinzip von solchen Wissenstransfers in allen Medien ist schon länger bekannt. In der Forschung spricht man dann von Sozialisierungs- und Kultivationsprozessen, die zu großen Teilen auch unbewusst geschehen. Ich möchte hier nur ganz kurz, ich kann hier nicht ins Detail gehen, aber ich möchte nur, weil hier manchmal der Eindruck entsteht, sagen, dass es nicht etwas Gefährliches, das ist nicht irgendwie eine gefährliche, unbeobachtete Propaganda, sondern es ist ein ganz normaler und auch notwendiger Bestandteil unserer Gesellschaft, unserer hochkomplexen Gesellschaft. Hier ist die Populärkultur neben ihrer Funktion als Unterhaltungsort auch ein Ort, wo wir Weltbilder, Werte und Tabus immer wieder aufs Neue aus verhandeln, damit einem ein Konsens möglich ist. Und hier ist der Berührungspunkt zu Erinnerungskulturen, denn hier geht es um die zentrale Frage, woran wir uns erinnern wollen. Ganz kurz zur Erinnerungskultur. Ich habe Ihnen eine Definition vom Film mitgebracht, vom Historiker Christoph Cornelissen. Wie schon gesagt wurde, Erinnerungskultur ist im Grunde genommen ein Portemontaux-Begriff, ein sehr breiter Überbegriff für alle denkbaren Formen des bewussten Erinnerns an historische Ereignisse, historische Phänomene, Persönlichkeiten und Prozesse. Und das aber Spannende ist, dass es sowohl die offiziellen geschichtswissenschaftlichen Diskurse und politischen sind, aber auch private Erinnerungen, wenn die in einer Öffentlichkeit Spuren hinterlassen, wie zum Beispiel Memoiren, aber auch Computerspiele. Der Begriff ist also recht breit. Es zeigt aber zugleich, dass hier digitale Spiele von Anfang an mit dabei waren. Und hier noch ein Zitat von Astrid Erl. Ein kollektives Gedächtnis ist ohne Medien gar nicht denkbar. Ich werde da gegen Ende noch einmal darauf zu sprechen kommen. Noch ein letztes Zitat im Anschluss, weil ich das einfach sehr sch... Ah, das ist gar nicht dabei, verzeihung. Dass sozusagen die Leitfrage der Erinnerungskultur ist, oder damit man das wirklich ganz kurz zusammenfassen kann, das hat Jan Aßmann gemacht und es zusammengefasst in der Frage, nicht so sehr, woran wollen wir uns erinnern, sondern was dürfen wir nicht vergessen. Und hier haben wir natürlich ganz klar wieder den Berührungspunkt zur Frage der Erinnerung an die Verbrechen des NS-Regimes, die ja doch zentraler Moment auch dieser Fachkonferenz sind. In der Forschung gibt es dann noch andere Begriffe daneben. Also Maurice Halbwachs spricht von kollektivem Gedächtnis. Pierre Nora spricht von Erinnerungsorten und Lieu de Memoire. Und Aleda und Jan Aßmann reden vom kulturellen Gedächtnis. Sie unterscheiden sich alle leicht voneinander, haben aber drei zentrale Punkte, die sie vereinen. Und die möchte ich Ihnen vorstellen. Und das eine ist, dass vielleicht für manche von uns überraschend sein mag, Erinnerungen entstehen nicht natürlich, sondern sind kulturell bedingt. Das heißt, unsere Kultur gibt vor, wie wir uns woran erinnern. Das ist auch die Frage, welche Medien benutzen wir dafür. Zweitens, kollektives Erinnern ist identitätsstiftend. Es dient der Gemeinschaftsbildung. Es produziert, es konstruiert und es perpetuiert kollektive Identitäten. Und drittens, und das hängt damit sehr eng zusammen, bei kollektiver Erinnerung geht es auch sehr stark um die Frage der Legitimation. Die Legitimation einer Gemeinschaft. Warum gibt es diese Gemeinschaft überhaupt? Diese Nation, diese religiöse Gemeinschaft, diese kulturelle Gemeinschaft, aber auch von Herrschaft, also staatliche Herrschaft, aber auch von Werten. Also welche Werte sind uns wichtig? Das heißt, mit der gemeinsamen Erinnerung wird nicht so sehr vorgegeben, als gemeinsam ausverhandelt, was für unsere Gesellschaft wichtig ist, was gut ist und was schlecht. Hier ein historisches Beispiel, damit Sie sich etwas vorstellen können. Zur Zeit der Erfindung der deutschen Nation im 19. Jahrhundert war ein solcher Moment beispielsweise vor allem die Geschichte der Germanen und die Geschichte der Schlacht im Teutoburger Wald. Damit sind ganz zentral Werte vermittelt worden. Und was für Werte waren das? Das war vor allem die Wehrhaftigkeit der Nation in diesem Fall, aber auch die Opferbereitschaft. Zwei Werte, die heute eine viel geringere Rolle spielen. Also hier sieht man auch, dass Erinnerungskulturen mit der Geschichte verändern. Was eine Erinnerung ausmacht und was eine kollektive Erinnerung ausmacht, ist, man könnte es umdrehen, gar nicht so sehr, woran wir uns erinnern wollen, sondern auch, was wir vergessen wollen, was wir vergessen müssen. Man kann sich nicht an alles erinnern, man kann sich nicht an die gesamte Geschichte erinnern. Und diese Auswahl ist ein ganz zentraler Moment hier. Und diesen Moment der Auswahl, finde ich, den sieht man auch besonders schön in unserer Populärkultur. Also eines vielleicht der einfachsten Beispiele kann man aus Asterix nehmen, wo sich jeder Gallier sehr gerne an die Schlacht von Gergovia erinnert, wo sie über Cäsar gesiegt haben, während die Schlacht in Alesia beispielsweise vergessen wird. Und wir begegnen dieser Frage auch, ich hoffe, dass man das halbwegs sieht, ansonsten stelle ich das vor, in der Frage, was in Computerspielen gezeigt wird. Also hier habe ich mir vor einigen Jahren angeschaut, welche historischen Kriege besonders häufig in Computerspielen vorkommen. Und der riesig große grüne Balken, wo groß 380 daneben steht, von insgesamt ungefähr 800 Spielen, die ich ausgewertet habe, das ist der Zweite Weltkrieg. Also das ist sozusagen der zentrale Moment des kollektiven Erinnerns der Erinnerungskultur in Computerspielen. Daneben die noch etwas höheren Balken, also der kleine Grüne daneben ist der Erste Weltkrieg, der gleich viel weniger bedeutend ist in unserer kollektiven Erinnerung. Auch das entspricht einfach einer historischen gesellschaftlichen Realität. Davor sehen wir noch die Napoleonischen Kriege, dann recht viel den amerikanischen Bürgerkrieg, den Sezessionskrieg. Und ich glaube, der rote Balken ist die Sengoku-Periode in Japan, wo es um die Vorherrschaft im Shogunat geht. Also allein daran, was wir erinnern, zeigt schon, welche Werte vermittelt werden wollen, was wichtig ist für unsere Identität. Und das ist etwas, was einfach in Computerspielen auch ganz massiv vorkommt. Ein wichtiger Punkt, finde ich für mich als Historiker, ist auch, weil ich sehr häufig diese Debatten habe, also die Fragen, wie authentisch sind denn diese historischen Spiele? Das ist eine Frage, die ich gerne immer gleich, von der ich wegleite zu den zentralen anderen Fragen, welche Funktionen die historischen Settings haben. Denn in Erinnerungskultur geht es gar nicht so sehr darum, was authentisch ist, sondern mehr darum, was authentisch wirkt. Es geht in Erinnerungskultur nicht so sehr darum, eine vergangene Realität zu rekonstruieren, wenn es darum geht, einfach unsere gemeinsamen Werte, unsere gemeinsamen Tabus immer wieder aufs Neue festzuschreiben, sondern es geht darum, um den Moment der Wiederholung, des Rituals. Das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir zum Beispiel uns Filme zum Zweiten Weltkrieg anschauen oder halt Computerspiele zum Zweiten Weltkrieg spielen, eigentlich immer wieder die gleichen Szenen haben. Also seit der Jahrtausendwende ganz massiv die Landung in der Normandie und hier auch sehr eindeutig, nicht basierend auf persönlichen Erzählungen, sondern basierend auf Saving Private Ryan. Es sind dann aber noch die Schlachten um die Brücke von Rehmagen, die Brücke von Arnheim, die Straßenschlachten in Stalingrad, also alles Momente, die wir aus der Populärkultur schon kennen und so immer wieder aufs Neue einlernen. Ein schönes Beispiel dafür, was wichtig ist oder was als wichtig angesehen wird in der Frage von historischen Spielen, nämlich hier, und das ist einer meiner Lieblinge, also das ist das Spiel Shogun Total War 2, das heißt, wir sind jetzt erstmals weg vom Zweiten Weltkrieg, sondern in den Shogun-Kämpfen um die Vorherrschaft in Japan und haben hier die Leibwachen eines Anführers mit so ballonartigen Konstrukten am Rücken, was zu einem Aufschrei, einem kleinen Aufschrei halt in vorn geführt hat und zu einer Debatte, dass das nicht authentisch sein kann. Tatsächlich war das ein Versuch einer Rekonstruktion basierend auf historischen Quellen, aber im Publikum kam es einfach nicht so an. Es hat nicht funktioniert, weil es nicht an das vorher Bekannte angeschlossen hat und unten in einem kleinen Zitat, finde ich, wird das ja schon zusammengefasst, wenn darauf hingewiesen wird, das kann nicht authentisch sein, wenn einer der berühmtesten Samurai, nämlich Tom Cruise, es nicht hatte. Das heißt, um noch einmal Jan Aßmann zu zitieren, dass das kulturelle Gedächtnis nicht so sehr das Faktische wichtig ist, sondern die erinnerte Geschichte. Und vor kurzem hat das auf dem Blog der Stiftung Digitaler Spielekultur, Tabea Wittmann, auch sehr schön noch einmal zusammengefasst, in Hinblick auf Computerspiele, dass es nämlich um erkennbare Geschichtsikonen geht, um konventionalisierte Darstellungen und Erzählformen. Verzeihung, jetzt bin ich doch zu früh vorgegangen. Gut, bleiben wir einfach da kurz. Bevor wir weitergehen, will ich noch einmal zusammenfassen, was jetzt die zentralen Momente, die zentralen Punkte für mich sind. Erinnerungskulturen sind die Summe unserer kollektiven Erinnerungen. Dazu gehören digitale Spiele, wie auch Filme, wie auch Popsongs, wie mittlerweile Social Media, Romane und so weiter und so fort. Sie haben dabei immer eine identitätsstiftende Funktion und sie schaffen eine Wertegemeinschaft. Das ist zugleich auch eine legitimierende Wirkung, weil sie legitimieren diese gemeinsamen Werte. Wir wissen von Erinnerungskultur vor allem immer dann, wenn es einzelne Akteure gibt, die sie mitbestimmen. Einzelne Politiker, Politikerinnen, einzelne Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die versuchen hier eine Erinnerungskultur mitzugestalten, aber auch bei Künstlerinnen und Künstlern, also Autorinnen und Autoren. Bei Computerspielen haben wir hier zum Beispiel Spiele zu nennen, wie, um einmal nicht beim Zweiten Weltkrieg zu bleiben, kürzlich habe ich Detention gespielt, ein Spiel aus Taiwan, wo es um die Diktatur in den, ich glaube 1960er, also die Diktatur war von den 1950er bis 1980er Jahren, aber wo es um die Zeit der Diktatur in dem Land in den 1960er Jahren ging. Eine Periode, die auch großteils und vor allem außerhalb des Landes sehr in Vergessenheit geraten ist. Aber wir haben auch zwei Spiele, denen wir heute noch begegnen werden, nämlich Attentat 1942 und Through the Darkest of Times, wo ganz bewusst die Entwickler und Entwicklerinnen einen Auftrag hatten oder einen Auftrag gespürt hatten, eine Geschichte zu erzählen und Erinnerungspolitik aktiv mitzugestalten. Zugleich gibt es aber Spiele wie Call of Duty World War II oder Battlefield V, wo wir nicht so eindeutig einen erinnerungskulturellen, einen erinnerungspolitischen Auftrag erkennen können, weil es auch einfach so massive Riesenproduktionen waren mit riesigen Budgets schon allein im Marketing und im Controlling und so weiter. Also wo nicht eine Person da war, die gesagt hat, ich möchte die Geschichte so erzählen, sondern wo einfach vor allem auf sehr viele unterschiedliche Systeme und Logiken Rücksicht genommen wurde. Aber auch diese Spiele sind ein ganz zentraler Bestandteil der Erinnerungskultur. Und sie sind auch deshalb so zentral, weil sie eine noch oder nicht noch, weil sie eine riesige Reichweite haben. Also da sind es wirklich Millionen weltweit, die diese Spiele spielen, die diese Erinnerungskulturen erleben, miterleben im Spiel. Und dabei sind auch das Spiele, die, auch wenn sie meistens einer sehr konservativen Produktionslogik gehorchen, also sich verkaufen müssen, weil es ein Riesenbudget ist, da waren, wo sich dann plötzlich ein Wandel in der Erinnerungskultur feststellen lässt. Also in Call of Duty World War II, das ist meines Wissens nach der erste große First-Person-Shooter, wo wir einen jüdischen KZ-Häftling sehen. Also ein KZ-Häftling mit Judensternen und zwar kurz vor dem Epilog und wo dann auch so massiv, ikonografisch zumindest auf Konzentrationslager verwiesen wird, wie Tabea Wittmann das gezeigt hat. Und in Battlefield V hat es natürlich zum Aufschrei, also natürlich in Battlefield V hat es zu einem Aufschrei eines gewissen Publikums geführt, dass plötzlich weibliche Soldaten so zentral gezeigt wurden im Kriegsgeschehen. In Call of Duty World War II habe ich gesagt, das Spannende an Call of Duty World War II ist ja aber, dass auch im Vorfeld der Produktion bereits darauf hingewiesen wurde, dass sie erstmals die wirklich dunklen Seiten des Krieges zeigen wollten. Aber was ich ganz kurz hier nur anreißen will, ist, ich glaube nicht, dass das der Versuch war, etwas extrem Mutiges, etwas völlig Neues auszuprobieren, sondern dass es im Gegenteil die Reaktion war auf eine Veränderung, die bereits im Progress des, Entschuldigung, das war jetzt Englisch, also eine Veränderung, die gerade stattfindet. Und hier kann ich jetzt endlich auf den Slide hier verweisen, weil was ich jetzt noch in aller Kürze zeigen will, ist, wie hat sich denn unsere Erinnerungskultur zum Zweiten Weltkrieg und hier mit einer möglichst globalen Sicht verändert im Laufe der Geschichte der digitalen Spiele. Ich fange hier an, das sind Covers von Computerspielen aus den 1980er Jahren und wie Sie gleich sehen, das sind Covers, die so heute nicht mehr möglich sind. Also das ist, und zwar nicht nur in Deutschland und Österreich oder nicht nur in Europa und Amerika, sondern wirklich in den meisten Ländern der Welt, wäre es nicht mehr möglich, so zentral NS-Ikonografie, NS-Ästhetik einfach zu reproduzieren. Also es waren, dabei ist bei diesen Spielen jetzt, keines dieser Spiele geht in Richtung Wiederbetätigung, keines verherrlicht das NS-Regime oder die Ideologie. Das sind Spiele, die sich sogar im Gegenteil bemühen, das Ganze den Zweiten Weltkrieg als extrem ideologiefrei darzustellen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es noch sehr basale Spiele waren, aber es hängt auch mit einer Logik der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zusammen, die in dieser Zeit noch sehr stark geprägt war von Heldengeschichten. Und von einem Aufeinandertreffen von zwei ebenbürtigen Gegnern, wo einfach der Bessere, der Mutigere, der Klügere gesiegt hat. Also Sie sehen es eben im zentralen Motiv Patton versus Rommel. Das spiegelt auch noch ein bisschen wieder, wie die ersten Nachkriegsfilme ausgesehen haben. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert, zuerst in anderen Formen der Populärkultur, später auch in Spielen. Also hier habe ich nur ein Beispiel aus den 1990er Jahren gezeigt, nämlich Panzergeneral. In den 1990er Jahren haben sich natürlich die technischen Möglichkeiten erweitert. Es war erstmals möglich, mehr Grafiken zu zeigen, auch mehr Text zu zeigen. Bei den allerersten Spielen war selbst Text schon eine Speicherherausforderung. Und dadurch wurde auch immer mehr auf den historischen Hintergrund eingegangen. Und sehr vorsichtig und zögerlich, wenn man da die Handbücher dieser Spiele liest, auch von Flugsimilatoren wie Aces over Europe oder Secret Weapons of the Luftwaffe, sieht man, dass da schon auch eine ideologische Komponente langsam Fuß fasst. Das Spiel, das ich zeige, ist aber auch deshalb interessant, weil hier ein Moment war, wo erinnerungskulturell ein klassischer Akteur eingegriffen hat, nämlich ein Gericht. Panzergeneral war in Deutschland indiziert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nicht noch immer indiziert ist. Und zwar interessanterweise nicht, weil irgendwelche Insignien des NS-Regimes, also verfassungswidrige Symbole, wiedergegeben wurden. Auch nicht, weil eine Verherrlichung der Ideologie vorkam, die nicht erwähnt wurde, sondern weil einfach Krieg an sich zu positiv dargestellt wurde. Krieg wurde so dargestellt, dass nicht auf die negativen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung eingegangen wurde. Es wurde einfach als Heldengeschichte gezeigt. Ein erster großer Paradigmenwechsel fand dann zur Jahrtausendwende statt. Und zwar mit wieder einem eher klassischen Akteur, mit Steven Spielberg, der ja nicht nur den Film Saving Private Ryan gemacht hat, sondern auch die Fernsehserie Band of Brothers in Auftrag gegeben hat und gleichzeitig, also wirklich im Rahmen einer Strategie, eine junge Bevölkerung über den Zweiten Weltkrieg und seine Geschichte wieder aufzuklären, auch ein Computerspiel in Auftrag gegeben hat, nämlich Medal of Honor. Und dazu heißt es, dass am Anfang soll er in seinem eigenen Spielstudio, nämlich bei DreamWorks Interactive, auf Widerstand gestoßen sein, weil diese, zumindest findet man das in der Literatur, diese gesagt haben sollen, dass das nicht funktionieren kann. Also dass kein Jugendlicher jemals einen First-Person-Shooter spielen will, der im Zweiten Weltkrieg stattfindet, weil es einfach zu düster ist und sich niemand damit auseinandersetzen will. Wie Sie vielleicht wissen, war das der Moment, wo dann First-Person-Shooter zum Zweiten Weltkrieg massiv explodiert sind als Phänomen. Innerhalb von zehn Jahren gab es über 30 größere, also wirklich mit Millionenbudget produzierte First-Person-Shooter, die im Zweiten Weltkrieg gespielt haben, neben Medal of Honor, auch vor allem Call of Duty. Und in einem Nachfolgeteil von Medal of Honor, nämlich im Augenblick Medal of Honor Underground, sieht man auch am Anfang des Spieles wieder so ein Moment einer Veränderung des Wandels, nämlich da sieht man im Vorspann kurz auch Aufnahmen von, ich glaube von Wochenschauen und auch eine von Heinrich Himmler und zu seinem Gesicht hört man auch aus dem Off The Greatest Crimes Against Humanity in Human History wurden zu dieser Zeit begangen. Das heißt, das ist ein Spiel, das nach meinem derzeitigen Stand des Wissens das erste große Spiel war, das von Kriegsverbrechen so deutlich gesprochen hat. Es war dann aber ironischerweise, also der nächste Wechsel oder in der Erinnerungskultur der nächste Paradigmenwechsel fand statt in Wolfenstein, The New Order, also das sind wir jetzt in den 2010er Jahren und das ist in gewisser Weise ironisch, weil ich weiß nicht, wenn Sie das Spiel nicht kennen, Wolfenstein findet in einer Alternativgeschichte statt, also es ist nicht ein Spiel, das sich bemüht, historisch authentisch zu wirken, weil er spielt in den 1960er Jahren, die Nazis haben gewonnen, sie haben Roboterhunde, Riesenkampfpanzer und Flugschiffe, eine Mondbasis, eine Venusbasis und so weiter, also wir befinden uns hier eh im Rahmen des Nazisploitation Genres, so wie der sehr zuletzt auch ein Aufleben hatte mit Filmen wie Iron Sky und Operation Overlord, aber es war das allererste Spiel, das so eindeutig ein Konzentrationslager in Szene gesetzt hat und hier auf dem Bild, das aus einer Cutscene stammt, sehen Sie bereits, also wir haben da das Gatter mit hier dem Schriftzug Belitzer, weil das Lager so heißt, hier werden natürlich sofort Erinnerungen an das Lager Auschwitz geweckt und das Arbeit macht frei, also hier wird ganz eindeutig die Ikonografie in Szene gesetzt, auch man sieht es aus einem Viehwaggon heraus, man sieht die Gefangenen, im Hintergrund sieht man sogar die Riesen-Schlote, wo die ganze Zeit Asche und Staub rausgespuckt wird, also man weiß sofort, in welchem Setting man ist, auch wenn in diesem Spiel noch nicht offiziell von einem KZ gesprochen wird. Auch hier diese Szene zeigt die Baracken innen, das sind Bilder, die, falls sie mal in Auschwitz waren oder es in Bildern gesehen haben, die sie sofort wiedererkennen. Gut, was ich an diesem Beispiel zeigen will, ist zum einen, dass sich Erinnerungskultur ständig verändert, sie passt sich uns an oder sie passt uns teilweise auch an, also es ist ein wechselseitiger Prozess, die Erinnerungskultur sind ja im Grunde wir und zum anderen aber auch, dass sich immer neue Möglichkeiten entwickeln und digitale Spiele sind hier eine der spannendsten neuen Möglichkeiten und ich sage das jetzt nicht nur positiv, es wird auch sehr viel Unsinn geschehen auch in den folgenden Jahren, es werden sich Entwicklungen zeigen, die wir nicht gut finden, was wichtig ist, ist, dass das ständig in einem Prozess des Diskurses und der Diskussion stattfindet. Aber schon jetzt bereichern uns digitale Spiele, bereichern sie unsere Erinnerungskultur, weil, also ich habe jetzt Wolfenstein gezeigt und jetzt zeige ich eine Szene aus Call of Duty World War II, also aus einer Reihe von Spielen, die bis jetzt Call of Duty nicht unbedingt berühmt dafür war, dass sie besonders kritisch oder mit Geschichte umgegangen sind, aber in diesem Spiel wurde ganz dezidiert plötzlich, zumindest ansatzweise, auf den Holocaust eingegangen, also man hat einen KZ-Häftling gesehen, das Wort wird nicht erwähnt, der Mord an über sechs Millionen Juden wird nicht erwähnt, aber die Verbrechen werden insinuiert, also hier wird auf ein bereits bestehendes kollektives Gedächtnis zurückgegriffen und es hat eine extrem spannende Szene im Epilog, die vergleichbar ist mit der Szene in Wolfenstein im KZ, nämlich wir haben in beiden Fällen einen First-Person-Shooter, also das sind Spiele, die sich dadurch auszeichnen, dass man es gewohnt ist, durch Missionen, durch Levels zu laufen und mit Waffengewalt die Spielumwelt zu dominieren. Also es ist ein absolutes Gefühl der Agency, das hier vergeben wird, wo man auch teilweise mittlerweile die Umgebung zerstören kann, also wo man ein Gefühl der totalen Agency den Spielerinnen vermittelt und diese wird dann brutal in diesen zwei Szenen in Wolfenstein und Call of Duty den Spielerinnen weggenommen, weil sie haben dann in Call of Duty zwar noch die Waffe, aber sie macht keinen Sinn mehr, man kann auf niemanden schießen, man kann nur noch durchgehen und sich die Verbrechen anschauen. Also man wird von einem sozusagen Agenten der Zerstörung zu einem Zeugen der Vernichtung und das war zumindest in meinem Fall, aber auch in Gesprächen mit vielen Kolleginnen und Studentinnen bei den meisten war es so, das ist ein wirklich starker emotionaler Moment auch geworden und es geht hier in keinster Weise darum, dass das in irgendeiner Weise vergleichbar wäre mit einer historischen Realität. Es ist nur die Frage, dass es eine neue Form der Kommunikation sich hier auftut, dass es neue Möglichkeiten, die da einfach da sind. Aber auch um wieder auf die zwei Spiele zu sprechen zu kommen, die wir heute noch sehen werden, auch in Through the Darkest of Time und in den Attentaten 1942 haben wir neue Momente der Vermittlung von Erinnerungskultur, von kollektivem Gedächtnis. In Through the Darkest of Times war für, also ich kann jetzt nur von der persönlichen Erfahrung ausgehen, aber das war einer der ersten Momente, wo ich so zumindest ansatzweise gespürt habe, was es bedeutet, nicht nur für sich selbst verantwortlich zu sein, sondern auch für die anderen Mitglieder einer Widerstandsgruppe. Also dass man immer dann abwägen muss, welche Gefahren geht man ein, nicht nur für sich selbst, sondern einfach für alle anderen, weil man für diese auch mitverantwortlich ist. Und wo erstmals auch die Interaktion mit einer Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg wirklich massiv gezeigt wurde. Und in den Attentaten 1942 war es ein anderer, aber auch sehr ähnlicher Moment, wo es über die persönliche Geschichte des Großvaters, der Großmutter, ein persönlicher Zugang zur Rekonstruktion der Familiengeschichte, der Familienidentität, Verzeihung, sich erst erarbeitet werden musste. Also zusammenfassend wollte ich Ihnen zeigen, dass digitale Spiele in den vergangenen 50 Jahren zu den mittlerweile integralen und vor allem nicht mehr wegdenkbaren Bestandteilen unserer Populärkultur geworden sind. Das greift mittlerweile auch auf andere Medienformen aus, das hat Einflüsse auf andere Medienformen, sowohl im Film, Fernsehserien als auch in der Musik. Sie haben hier viele Entwicklungen anderer Medien nachvollzogen, Holocaust, die Serie und Schindersliste wurde erwähnt. Ähnliche Paradigmenwechsel haben im Spiel stattgefunden. Aber sie bringen uns auch eine neue Sprache. Und ich sage nochmal, das ist jetzt neutral gesagt, diese Sprache hat sowohl das Potenzial, sehr Gutes zu tun, als auch sehr Schlechtes. Und das werde ich vielleicht überspringen, weil wo ich hinkommen will, ist das Zitat von Aleda Aßmann. Und ich denke, das ist auch ein sehr schönes Zitat, um vielleicht die Podiumsdiskussion einzuleiten und überhaupt die Konferenz dann nochmal wieder mit zu eröffnen. Also der Übergang vom lebendigen Individuellen zum künstlichen, kulturellen Gedächtnis ist allerdings problematisch, weil er die Gefahr der Verzerrungen, der Reduktion, der Instrumentalisierung von Erinnerungen mit sich bringt. Solche Verengungen und Verhärtungen können nur durch öffentlich begleitende Kritik, Reflexion und Diskussion aufgefangen werden. Ganz kurz nur zur Erklärung, weil ich den Punkt übersprungen habe, wo ich Unterschiede zwischen kulturellen und kommunikativen Gedächtnis sage, und ich bin gleich fertig. Der Moment ist gerade da. Für Aleda und Jan Aßmann waren 80 Jahre ab einem Ereignis so der Knackpunkt, wo die letzten Zeugen aus, wegsterben, also wo ein kommunikatives Gedächtnis nicht mehr möglich ist, weil man nicht mehr darüber reden kann. Dann, wenn es einem wichtig ist, sich daran zu erinnern, muss sich ein kulturelles Gedächtnis bilden, also eine Form der Institutionalisierung. Und ich denke, wir werden gerade auch Zeugen dieses Phänomens in Computerspielen. Und ich habe jetzt sehr viel über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg geredet, weil es auch einfach ein zentrales Thema auch dieser Fachkonferenz ist, aber alles von dem Gesagten kann auch übertragen werden und das wurde zum Glück auch von Olaf Zimmermann auch schon, wenn zum Beispiel die Geschichte des Kolonialismus, des europäischen Skava-Handels, aber auch so zentrale Identitätsstiftungen und Momente wie die französische Revolution, die Kreuzzüge, die Industrialisierung und so weiter. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.